Ich... Oh manno... Anderman! Get chill live! Wo ist ein Anderman? Der hat mir so... Gleif sie dich an? Hast du dir machen geguckt? Nein, hab ich nicht! Warte, ich hab noch die Erde für dich! da müsste eigentlich ich weiß nicht er habe ich genug okay sorry du kriegst auch hier ein geschenk von glas einsteig wie dankeschön mal an ich bin ich bin so schnell weggesprungen wie robin hutz es nicht könnte aber ich war zu langsam trotz alle die so das ist zu wenig wird erläutert sagt das er noch hin liegt da unten noch was drin scheiß nicoleit das brauche ich ja ich verbroche jetzt quasi schon alles da braucht man viel sehr viel nur für diese komischen blöcke ja sehr viel nur für die eckblöcke verziehung die wo ich da meinem eck dran habe aber dafür brauche ich unendlich viel nicoleit so jetzt hier eineinhalb stacks und das nicht reicht dann weiß ich es auch nicht so kann ich nochmal gleich coolere hinterher legen so und ich finde immer man kann mit diesem täglich einfach nicht aufhören also ich kann mich aufhören es ist schon mal dass man alles machen kann ich bin wo kommt nicht dahin das heißt ich brauche nur noch einen blauen Block das heißt ich kann den da unten die einstellen dieses Verfahren denn 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 das ist verarschen dort das ganze Zeit falsch hier um n schütteln ein was sie Jutsch alles wieder ein Bruder ziemlich heißt es aber hier im Baden in Baden Entschuldigung nun was meint genau was machen ihn jetzt kein Plan ich hab mal Atomreaktor naja ich sollte mal ein Dach bauen warte wo ist meine Turtle das ist ja so geil wenn sie mir jetzt auch so Dias findet Alter Creeper 2 was zum Teufel 2 Creeper geh verpiss dich so haben wir nicht gewettet schlecht greift mich jetzt gleich der von hinten an ne noch nicht kann ich mir dafür gleich nochmal hier Schwert holen Junge ne und ich hole mir einfach gleich das dicke Geschoss meine Muskete jetzt wird es gleich vielleicht hörst du es sogar wenn es in uns knallt ne ich hab ja kein Minecraft Sound irgendwie geht kaputt jawohl er ist weg wie sehr creepy wow die 50 Dinger haben sogar perfekt gereicht fällt mir da so gerade auf quasi perfekt ja dann kommen sie mal mit das war unnötig das war unnötig ah fucken bräuchig immer wieder fucken Alter das ist doch 50 ich hoffe ich tun jetzt nicht in die Stadt Quarz braucht man einfach das ganze Terraforming für mich der Chiller wer ein Turtel Turtel mein Turtel-Täubchen was hast du dir gesagt Tunnel bauen ja einfach so ein Tunnel ein Tunnel in der Oberwelt sieht man auch nicht so oft glaube ich was habe ich noch viel habe ich viel Gravel ich habe nicht so viel Gravel 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 genau Gott oh oh das wird vermisst nein ich habe eigentlich nicht ich bin auch so dumm ich habe mein Schwert nicht in der Quicksal-Leiste wo sind die jetzt da ich hatte es immer an sich verbaut naja hängt davon ab was ja mit Glas oder mit halt Paver Raver Paver weil wenn man es halt abbaut dann kommt nicht das raus was man will ne jetzt stirbt halt irgendwas ist für mich die spaßigste und gleichzeitig produktivste Folge mit einer anderen Person aller Zeiten ich war noch nicht so produktiv meistens war ich nur Kacke ach ne scheiße ich habe jetzt glaube ich nur für den ganzen Monat aufgenommen wirklich also zwei Stunden da kommt glaubt gut was dabei raus das muss jetzt 13 folgen 13 folgen ja okay nicht ganz im Monat aber kommt drauf an ob ich halt wieder Marathon hochladen mach oder halt eben nicht aber schneiden welche auf jeden Fall müssen wie wie ein ich bin vollidiot ich bin vollidiot ah das kann passieren weil ein Stück kann ich das ja eh nicht hochladen jetzt bin ich Redstone Gott ich soll jetzt mal anfangen mit meiner scheiß Farm ich will nicht Empty Empty Buries 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 so also wie soll ich jetzt wieder hochkommen man kann nicht so für dich T Flash Home machen und sowas oder man kann nicht Home setzen oder mit meinst du Wapont oder wie du meinst ich Nee, einfach set home und dann einfach zurück zum Home-Teleportieren. Ich glaub, das geht gar nicht hier. Ja, eben. Das kann man hier noch nicht machen. Leider Gottes ist das nicht möglich. Das ist bitte F. Das ist traurig und wir trauern alle mit. Gott, ich bin hier sogar unter meinem Ding. Das ist... Ich bin mir erst mal schön hochgraben. Bist du unter deinem Niveau, oder was sagst du? Nein, ich bin unter meiner Bude hier. Ja, klar. Ich glaube, ich bin hier gerade nach oben. Keine Rape? Oh nein, wenn ich jetzt out of pain Basalt gehe, dann muss ich mir Vulkan suchen. Und aktuell finde ich da nicht gerade viele von. Das wäre nicht, Jus. Das wäre alles andere als gut. Da kommt hier wieder meine Kohle rein. Ja, nice. Das ist auch nochmal ein Spitz-Zocker-Klopper-Klopper-Klopper. Oh, ich habe nicht zu viel Zeug. Ich habe sogar noch zwei RE-Batterien und alles. Scheiß, wie soll ich jetzt nach oben kommen? Okay, wir overclocker-Upgrade. Alles, was das Herz begehrt. So wie viel Energie hat denn so lange in meinem Atomreaktor? Scheiß doch. Einfach weiterbauen. Nee, das wird nie und nimmer reichen, das Basalt. Never ever. Scheiße. Muss ich alles jetzt einsammeln, was ich noch wegbauen. Alter. Beim nächsten Vulkan heißt es dann wieder. Ordentlich was mit tun, weil das Paper, was ich ja jetzt habe, das habe ich von meiner ersten, von meinen ersten Folgen. Das ist blöd. Auf meinem alten Dorf, da haben wir am Vulkan gleich nebenan. Aber das ist jetzt leider nicht mehr so. Könntest du ja zurückgreifen. Mal eben kurz. So, da hinten ist die Torte. Die Torte. Die eiskalt immer stehen bleibt. Voll asozial von dir. Alter, sag mir nicht. Wir holen nicht, dass es schon wieder dunkel wird. Ich weiß es nicht, bei mir ist das ganze Stockdunst. Dunster. Dunster. Weil ich mich hier gerade nach oben grabe. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie irgendwo rauskomme. Gott, ich sehe gar nichts. So, jetzt. Jetzt bin ich gleich oben, hoffentlich. Ja. Ja. Zivilisation. Ja, es wird wieder dunkel, ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, geil, ich kam direkt von meiner Haustür aus. Aber die Kistenidee bei dir, die war genial und die war einfach nur brilliant. Was ist das Barrel? Da hat sich einer schlau gemacht. Ja. Was soll ich hier so machen? Was soll ich hier so machen? Genau, ich wollte gucken. Scheiße. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Schöne. Also, ich meine, dieses mit Gold und Kupferkabel verbunden, ich weiß es nicht. Also, sie bekommen keinen Strom. Ich glaube, wenn wir die Aufnahme beenden, tue ich einfach nochmal Uraniumzellen, weil die laufen ja durch, dann habe ich schön ordentlich Energie. Wenn die ja durchlaufen. Ja. Du musst halt AFK sein. Ja. Also, du darfst nicht ausstehen. Und, ach, ich schalte ihn einfach aus. Egal. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Ja. Kommst du wieder so bei Hermann alles weg? What the fuck? Ja, ich bin jetzt out of basal. Oh, this is not good. This is very bad. Nein, ich glaube zuerst out of glass, ja. Lol. 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 Scheiße. Ich werde von irgendjemandem geschlagen. Scheiße. Hm. Ich muss mal gucken, was ich unter die Glasdinger tue, weil Erde soll da ja nicht bleiben. Verarsch mich. Wo ist mein Schwert? Da kann da nicht eigentlich theoretisch Erde bleiben einfach. Ah, das ist kaputt. Nee, aber nicht unter dem Glas. Da kann keine Erde bleiben. Soll ich das jetzt so machen oder so? Ich stelle mir einfach vor, ich bin so hier so. Oh. Alles so anstrengend. Ich nehme, glaube ich mal Bricks, Bricks Some Style und das Geld. So. Ja, ich muss jetzt an ehemal auf. Okay. Wann mehr, ich will hier nochmal kurz gucken. Oh nein, jetzt habe ich hier zu viel gemacht. Ja, das ist auch ein guter Zeitpunkt für mich. Dein! Okay. Ich glaube, die hat sich gerade hier auch nur zwei Minuten verlängert. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich habe gerade noch gesehen, ich craft gerade sowas. Und dann, what the fuck? Ach, du Scheiße. Im Hinterkopf hast du ihn gesehen. Wie oft bist du jetzt gestaunt? Zweimal, oder? Ja, und einmal wegen dir. Ja. Ja, aber... Fängt ja schon mal gut an. Auf jeden Fall. Gott. Verdammt. Es ist halt sozusagen im Blitzstart, ne? Ja, genau. Ja, okay. Ich packe es jetzt erstmal. Ich lasse das Loch da draußen erstmal so. Okay, ich mache jetzt nur noch hier kurz die Dinger. Und schalte dann mein Atomrektor mal lieber aus, denn ich habe ein bisschen Angst. Nur ganz leicht, aber ich lasse mich anmerken, lass mich lieber mein Jackpack mit, damit ich schneller wieder oben bin. Gott, wie das hier aussieht, man. Und dann gucke ich noch kurz beim Leo vorbei, was er da so schönes gemacht hat. Was für ein Loch ich hier veranstaltet habe. So, jetzt mach ich doch noch kurz zu. Sonst will ja hier keiner mehr hin, wie es aussieht. So, 400.000 konnte da jetzt nochmal schon reinbefördert werden. Ah, ein bisschen ist eine Oraniumzelle noch drin. Du bist jetzt ausgeschaltet und damit ist die MFSU auch nicht kurz davor geleert zu werden. Super. Super. Dann alles in die Kisten, was ich nicht mehr brauche. Wir machen jetzt hier noch kurz so ein Ho. Und knallen hier einfach ein paar Sieds in den Boden. Ein bisschen was, ein bisschen was. Denn das ist diese Aufnahme, die war krass. Was schlägt mich da? Mit Hef? Mit Hef? Was ist passiert? Irgendwas schlägt mich und ich sehe nichts. Okay, ich komme jetzt mal zu dir. Ich habe mich rausgesperrt. Warte, ich komme nur von hier raus. Warte, ich komme nur von hier raus. WTF war das denn eben? Ich habe keine Ahnung, worum hast du reden. Ich stehe da so da. Irgendwas schlägt mich plötzlich. Drehe mich um, steht nichts da. Das Gelättet ist bei deinem Haus. Hier, hier, hier. Es schlägt mich, es schlägt mich. Ich bin gleich durch. Hier, wo bist du? Wo bist du? Ha, da steht irgendwas. Ich weiß nicht, ich sehe da hinten nichts. Ah, hier, hier irgendwo. Äh, oder was ist das? Ihr, warte mal. Äh, oder was ist das Gelättet? Ähm, wo kommt der Strom bis jetzt hin? Also Copper Cable würde ich eigentlich jetzt mal so für den Anfang nehmen, wenn du noch keine Dias hast. Naja, ich habe nur noch nicht genug Copper. Also ich habe jetzt erstmal Gold genommen. Kann ich mal kurz in der Kiste gucken, was du so alles hast? Du siehst du in der Aufnahme, ich nehme nichts raus. Ja, ja. Okay, ein bisschen Eicolite, ein bisschen Saphire, ein bisschen Redstone, Kohle, Rubber, Lapis. Das sieht doch schon mal gut aus. Ohne hat er jetzt noch sein 2 Electric und einen Generator. Ja. Machst du dann die Verabschiedung? Äh, wie du willst. Ja. Kannst du auch machen. Okay, ähm, dann. Alter, schlägt mich jetzt schon wieder irgendwas? Ja. Okay, ich mach's, ich mach's schnell. Ähm, ja. War auf jeden Fall wieder schön hier zu sein. Ähm, ich werd auf jeden Fall wiederkommen. Und zwar wieder ein bisschen schneller. Nicht so das letzte Mal, dass ich irgendwie zwei Wochen Pause gemacht hab. Yay. Und, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir hier hoffentlich mal ein bisschen vorankommen. Und, äh, auf jeden Fall ein Dach bauen. Hä? Ja. Okay, okay. Ähm. Oh mein Gott, ein Zombie verrückt mich, da muss ich mal sagen. Auch von meiner Seite bis zum nächsten Mal. Jo. Haut rein. Ciao. Thank you.